Benni Benni Hä? Kann man bei Haydn den Ton ausmachen? Nein Ah ok, dann ist es verstanden Die Feige haben sie abgestellt Ah, schau Ah, sag doch, wir müssen ein Seblem speichern Eben, wir wollen die anderen Seite eigentlich was von Da war der Pursche, geh mal durch Einer ist da Da ist Top, da ist Top Hine, Hine, Hine Äh, wir müssen schon die andere Seite Einer kommt Hier kommen zwei Oh mein Gott Haben wir die andere Seite Ja, haben wir die andere Seite Palace, Palace, Palace Ah was, sie haben wieder die andere Seite Ich weiss auch nicht wieso Wenn nicht Ich frage die Höfe an der anderen Seite Mhm Kada Nice Benni, komm nochmal da rein Nice Schön Benni Jetzt brauchen wir andere Seite zu uns Nein, ich spiele die nächste Stelle Nächste Stelle Äh, wo du es Stellung verloren Ich habe eine Kontodrohne Stellung identifiziert Feinde haben die Stellung erobert Kontodrohne nähert sich Ich habe einen Spawn hinter Hat einen Spawn hinter Einer auf dem WC Auf dem WC, Hine, ich pushe mich ein Einer ist in der Mitte Einer neben mir Nice Nice Okay, okay Du komm nochmal rein, komm nochmal rein Du kommst in der Stelle Ich hab den, ich hab den Ich hab den Er liegt, er liegt Ich hab ihn Ich hab ihn Ich hab ihn Auf der anderen Seite gespawnt Alles ist wieder Mhhhh Ich komm einer hinter dir, Philipp Kontodrohne im Bereitschaft Wieder geholt Ah nochmal rein Stellung verloren Scheisse Ich habe kurz vor Geist gestorgen Ich komm nicht dazu Ich komm nicht dazu Jetzt ist, jetzt ist es uns Er liegt nicht Er ist ja Keine Keine Ah scheisse Okay, gut hier los zu uns Jetzt kommen alle von der Hinterseite, die wir spawnen haben Ja, ich merke es drei Stück Aus allen Löchern sind sicher Ich habe zwei Einer, drei Nein Du kommst gerade hinter uns Nein Das ist weak hinten Alte Die haben keinen ganzen Skill Aber Wenn wir Sie können nicht von hinten kommen, Jungs Stellung umkämpft Ich habe einen Betrag ohne gegen sich Stellung verloren Hey, Alter, ich bin so schlecht bei der EZ Oh mein Gott Neustellung Neustellung Das ist in der Mitte Okay, Neustellung Flauens, Flauens Nein, ich habe keinen Schuss mehr Oh mein Gott, danke Alte Zerberus Von vorne, vorbei Spot kommt einer Top ist ein Top ist ein Top ist ein Weak Aha Es ist gleich immer runter Es kommt nicht mehr ein Es kommt nicht mehr ein Einer geht runter Stellung umkämpft Hey, Alter Wie kann ich so schlechtes Aim haben, Mann? Jetzt spawne ich wieder im absoluten Guck aus Spawne Wir müssen einfach irgendwie Spawne mal runterkommen Ja, wir haben vorhin die ganze Spawne Aber nachher bin ich direkt Nehmen wir nicht Einer in der Stellung Nur noch einer Links in der Ecke Nice, okay Hey, Alter, ich glaube es nicht Es ist einfach ein Lächeln Hey, ich brauche nur einen Kill Dann habe ich den Geist Zwei können wir jetzt Spawne in der Mitte Spawne in der Mitte Ich habe ihn Jetzt haben wir aber scheiss Spawne Schrein in der Neuen In der Neuen Komm hier vorne Neu, kommt Mitte raus Mitte raus Warte noch mit Geist Für die Neuesten Ja, ja Ich mache aber Zerberus Ich mache aber Zerberus Wahrscheinlich bin ich im Spawne Ich habe nur noch einen Warte Stellung umkämpft Ich habe wieder ein Konto da unten Mitte kommt ein Mitte kommt ein Hani, einen in der Mitte Gut, nochmal einen Mitte Hani Hani Philipp muss auf Nein, links beim Philipp Einer kommt von links Durch rechts meine ich Durch den Bitschlag Rechts Mitte kommt ein Mitte kommt ein Mitte, Mitte, Mitte Zerberus hat Oh Dankeschön Zerberus Top 1 siehst du dann Stellung vom Camp Pump Oh Mein Gott Top 1 siehst lang Top 2 siehst lang Top 2 siehst lang Eintritt Auf Wall Run kommt ein Nice Ok Ich habe noch meinen Geist Halter Halter Kanstchen geschwet Der Schwieg Was ist das? Ich bin nicht in der Nähe. Aber was ist das? Jungs, ich habe keine Schüsse weg. Ich habe keine Schüsse weg. Pallas, Pallas, Pallas. Okay, nein. Ah, der ist runtergekommen. Ich bleibe noch. Ja, ja, bleibe du. Darf ich schnell zurück? Ja, geh rein. Ich habe noch mal eine Zebrus. Sie kommen von Base-Bot. Einen habe ich. Geist hat ein paar. Hey Jungs, ich brauche nur einen Schüsse. Alter. Ja, du legst mich auf. Sorry. Ah, da kommt einer zu mir. Aktiv Tarnik hinten. Aktiv Tarnik hinten im Spawn. Ah, Mann. Ich war brutal. Was? Ich bin 18, Mann. Was ist das? Mann, Alter. Ich war einfach brutal. Mann. Alter. Hey, ficken euch, Mann. Geht vorne. Die Ratsch ist so scheisse. Genau. Fick dich, Alter. Er kommt Mitte Warren. Top AC. One-Shot in der Stellung. Oh, Alter. Ich f*** mich jetzt. Schneid in der alten Stellung. Gange die jetzt. Bumse, Alter. Ist mir scheisse egal. Oh, Alter. Kann er, kann er, kann er. Sorry, jetzt schau es. Oh, sorry. Mitte zwei. Ich habe nicht Mitte. Komm. Oh, Alter. Das regt mich jetzt gerade ins. Oh, das ist gross, Alter. Eine Warrer noch. Warrer noch, Warrer noch. Stellung umkämpft. Stellung umkämpft. Stellung umkämpft. Alte, Mann, wieso? Eine Strachzuse, versuch. Eine, eine, eine. Und eine Mitte. Und die nächste. Stellung umkämpft. Alter, ich spiel nie über den Enkel. Sorry, Raffi. Stellung abgeriegelt. Alter, Mann, wieso? Wieso schaffe ich die Nukleare nicht? Stellung umkämpft. Kann das also heftig sein? Stellung umkämpft. Alter, ich bin gar nicht selber, Alter. Der ist nur abgefuckt worden von allen. Nicht gut, Enkel. Alter, ich bin 10, 13 und immer so richtig behindert. Hä? Aber Enkels hättest du doch irgendwie die beste Karte? Ah, hier kommt die beste Karte. Wenn du mit dem Team-Mate geholzt wirst, dann wird du von dem. Allem schlimm. Hauptsache, ich schiess einen ab. Ich schiess genau der eine ab. Hör auf, da abzuschiessen. Der hat die Locker gehabt. Und der andere dreht sich auch noch um. Alter, das kann nicht sein. Ey, wenn die Nuklear in Orina gehofft hätte. Ohhhhhhhhhh. Das ist fast Nuklear gemacht. Ja, das war schon total. Alter. Wie geil, du bist auch useless. Der hat einen Kill gemacht, Mann. Was ist mit dem Scheissdreck? Ja, aber das ist ja gut. Hä? Ist ja gut, wenn er keine Kills macht. Dann klaut er doch keine für die Nukleare. Nein, aber dort, wo er halt abgeschossen worden ist. Ja, eben. Dort hat er gebrochen. Auch dort, wenn er schon gesehen, dass er abgeschossen wird.